Diese Woche ist wieder eine spannende Woche für Deutschlands Forscher. Es gibt erneut eine Stammzelldebatte und Sie werden sich natürlich überlegen, was heißt Stammzelldebatte. Es ist eine Debatte darüber, ob wir in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern der Welt, an sogenannten embryonalen Stammzellen forschen dürfen. Nicht, weil wir einfach mal nur so forschen wollen, sondern weil wir Therapien entwickeln wollen für Krankheiten, die eigentlich jeden von uns treffen können. Also zum Beispiel MS, Parkinson oder aber auch einfach nur im Bereich von Herzerkrankungen, Krebserkrankungen. Also Krankheiten, die eigentlich jeden von uns treffen können. Der Deutsche Bundestag macht etwas Ungewöhnliches. Es ist eine Debatte, die in dieser Woche stattfindet, die nicht an Fraktionsregelungen gebunden ist, sondern jeder Abgeordnete tut das, was er eigentlich immer tun sollte. Er ist nur noch seinem Gewissen verantwortlich. Und das heißt, dass es Anträge geben wird, die über alle Grenzen der Fraktionen hinweg die einzelnen Kollegen wiedergeben. Die FDP ist eine verhältnismäßig geschlossene Gruppe. Zwei Drittel unserer Fraktionen wird mit Kollegen von CDU, von SPD, aber auch von den Linken, einen Antrag vertreten, in dem wir dafür eintreten, dass ein sogenannter Stichtag fällt, der vorschreibt, bis zu welchem Zeitpunkt embryonale Stammzellen gewonnen werden dürfen, die in Deutschland eingesetzt werden. Wir sind der Meinung, dieser Stichtag muss fallen, weil die Zellen, die wir im Augenblick erhalten, die einem solchen Stichtag entsprechen, nie die Möglichkeit uns geben würde, eine Therapie zu entwickeln. Sie sind verunreinigt, sie haben tierische Zellen, sie sind auf tierischem Nährboden herangewachsen. Das heißt, wir könnten sie nie einsetzen und damit ihnen helfen, wie wir es ja eigentlich wollen. Die Gegner unseres Antrages wollen eine solche Veränderung nicht, weil sie der Meinung sind, es sollte überhaupt nicht an embryonalen Stammzellen geforscht werden. Das sei eine Verletzung der Menschenwürde. Sie sehen, es ist eine ungeheuer schwierige Gratwanderung. Wir vertreten mit unserem Antrag die Ethik des Heilens. Wir sagen, unter sehr strengen kontrollierten Bedingungen wollen wir Therapien entwickeln, die uns allen helfen. Und aus diesem Grunde müssen wir unter diesen strengen Regularien in Deutschland eine Forschung ermöglichen. Ich denke, es wird eine ungeheuer spannende und auch hochemotionale Debatte werden. Wie es ausgehen wird, weiß im Augenblick noch keiner. Die letzte Debatte zu diesem Punkt wird im März stattfinden, sodass wir Ostern wissen werden, ist Deutschland ein Land, in dem geforscht werden darf, wie wir es uns vorstellen, oder ist es nicht.